Hey Leute, hallo Internet, wir sind Unleash The Sky, Unleash The Sky, Unleash The Sky, so. Hey Leute, hallo Internet, wir sind Unleash The Sky, wir sitzen hier auf der Couch im Studio vom Sky van Hoff, mit dem wir gerade unser zweites Album produzieren, wir stehen echt so kurz vorm Ende. Es gibt jetzt tausend Dinge auf unserer Liste, die wir machen müssen, zum Beispiel mit Labels sprechen, Booking-Agenturen sprechen, ein geiles CD-Artwork entwerfen, neues Merchandise, Musikvideos drehen, eine Release-Wür auf die Beine stellen und so weiter und so weiter. Und alles, was wir machen, machen wir aktuell noch in Eigenregie und komplett auf eigenes Risiko. Das heißt, wir können einen Teil der Aufgaben selbst übernehmen, aber gerade beim Thema Video brauchen wir jetzt eure Hilfe. Ihr da draußen, ihr Fans und Freunde, ihr könnt uns helfen, die Realisierung unseres Musikvideos umzusetzen, indem ihr euch an dieser Crowdfunding-Aktion beteiligt und einen Betrag eurer Wahl spendet. Die Realisierung unseres Missbrauchs Keine Ahnung, wo Papu den hin hat. Frau Koppel. Wie mein ich, ne? Auf. Papu, sag mal, ob hast du den Ketchup wieder hin? Sie! Fegen! Wir haben schon den passenden Song für das Video. Wir haben die Location rausgesucht. Das komplette Team steht quasi bereit. Es kann eigentlich losgehen. Das ist eine einmalige Gelegenheit für uns und für euch. Denn ihr könnt euch im Gegenzug extrem coole Sachen sichern. Zum Beispiel ne Gästelisten-Flatrate, exklusives Merchandise. Ihr bekommt handgeschriebene Lyrics von mir. Ihr könnt mit uns bowlen gehen, wenn ihr wollt. Das liegt ganz an euch. Je nachdem, was euch die Sache wert ist. Abhängig davon, was am Ende dabei rauskommt, wenn wir ein Video drehen, vielleicht zwei oder vielleicht sogar drei. Eigentlich müsste man hier so ein Katzen-Video halten. Fang mal, fang mal jemand ne Katze. Wir haben so Bock auf die Sache und wir glauben ganz fest dran, dass wir das mit eurer Hilfe schaffen können. Deswegen wollen wir uns jetzt schon bei euch für den ganzen Support bedanken. Schaut immer mal wieder hier auf die Seite. Da gibt's Updates, Zwischenstände und alles, was sich eben so tut. Teilt die Sache bei Facebook oder wo auch immer. Und vor allem erzählt euren Leuten auch im wahren Leben davon. Wir können jeden Cent gebrauchen. Alla! Lass uns! Ja, warum denn nett, ey? Alla, cool, oder? Mama, geil! Soll ich den Jungen kurz noch ein Bier aufmachen? Ja. Jetzt nur noch als ohne Abschluss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.